Hallo, ich grüße euch zum Wetter hier bei Wetter.net. Ja, den dicken Wintermantel, den könnt ihr alle schon mal einpacken. Für Heiligabend brauchen wir den dieses Jahr nicht. Wir erwarten Temperaturen im Westen bis zu 15 Grad, jede Menge Regen und auch ordentlich viel Wind. Also das wird ein sehr schmuddeliger Heiligabend werden. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag könnte es dann kälter werden, vielleicht sogar mit Schneeflocken in den höheren Lagen, aber das ist noch ziemlich unsicher. Schauen wir uns mal die Großwetterlage am heutigen Dienstag an. Und wir sehen vom Atlantik, da rauscht schon das nächste Tief voran. Und auch das versucht wieder die kalte Luft von Hochgotthard weiter Richtung Osteuropa zu drängen. Und es wird es auch schaffen, die kalte Luft macht also den Abgang und zieht ab Richtung Osten. Ja, und das bedeutet heute für unser Wetter, es ist ein bisschen ruhiger. Im Westen kann sogar mal zeitweise Sonne scheinen. Nach Osten und Norden hin dagegen dichte Wolken und stellenweise fällt etwas Regen. Die Temperaturen erreichen im Nordosten 2 bis teilweise 5 Grad. Und im Westen werden es 5 bis 7 Grad. Auch in den nächsten Tagen geht es insgesamt sehr wechselhaft weiter. Am Mittwoch werden 2 bis 9 Grad erreicht. Am Donnerstag 3 bis 8 Grad. Am Donnerstag auch viele Wolken und immer wieder Regen Richtung Süden. Ja, und ab Freitag wird es dann richtig nass. Es gibt viele Wolken, immer wieder Regen. Und zeitweise ist es auch sehr windig. Die Temperaturen machen einen Satz nach oben und erreichen am Freitag 5 bis teilweise 13 Grad. Die 5 Grad hier im Nordosten und die 13 Grad hier im Westen. Ja, und dann kommt das vierte Adventswochenende und dann kann sich die warme Luft eigentlich überall durchsetzen. Am Samstag 6 bis 13 Grad. Am Sonntag 7 bis 13 Grad. Überall gibt es viele Wolken. Ab und zu mal Regen. Und so geht es dann auch wechselhaft in den heiligen Abend. Bei 10 bis 15 Grad, da könnte man fast meinen, man sei mitten im Frühling gelandet. Aber das Wetter bringt wenig Sonnenschein. Es gibt viele Wolken, jede Menge Regen und zeitweise ist es auch sehr windig. Zum ersten und zweiten Weihersfalltag könnte es etwas kälter werden. Aber wie gesagt, es könnte kälter werden. Das müssen wir uns später nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und mehr Wetter, das Wetter für euren Ort vor allen Dingen, gibt es unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald.